Musik Zunächst würden wir gerne wissen, ob es angedacht ist, dass Fan-Ideen vielleicht ein bisschen Einfluss in die zukünftigen Trikot-Bestaltungen kriegen könnten? Ja, ich denke schon. Was wir natürlich versucht haben, erstmal auf den BVB aufzuhören, da sitzen ja die Menschen, die auch den BVB gut kennen. Wir müssen uns ja auch erstmal reinarbeiten ins Thema, aber wir sind da super, super offen, Dinge aufzunehmen und idealerweise nach oben zu setzen. Das hört sich gut an. Ist dann vielleicht auch geplant, es wird ja wohl drei Trikots geben, die jetzt erstmal vorgestellt werden. Ist noch sowas angedacht wie ein Weihnachtstrikot, was es in der Vergangenheit häufiger gegeben hat im Laufe der Saison? Ja, wir haben ja aktuell jetzt quasi das Home-Trikot, das Away on the Third, wenn man das so schön neudeutsch sagt. Entschuldigung. Und wir haben auch ein viertes Trikot, nämlich das Champions-League-Trikot, auch in der Pipeline und auch schon partiell ausgeliefert, weil wir da auch schon sehr schnell waren. Und wir denken auch über eine fünfte Maßnahme nach. Aber das, ja. Wird dann da die Sache mit den Sternen erstmal so beibehalten? Also, dass die Sterne nicht symmetrisch angeordnet sind, sondern asymmetrisch? Also ich sehe das positiv. Mit einem zwinkerten Auge würde ich sagen, wir lassen Platz für den Dritten. Dann passt's. Aber es ist natürlich, ich verstehe das, aber es ist natürlich in der weltweiten Logistik, das alles hinzubekommen. Uns war wichtig, dass der Fan und vor allem auch der Spieler seine Ausrüstung bekommt. Und ich glaube, das haben wir jetzt gut hinbekommen in einer sehr kurzen Zeit. Und wie gesagt, Platz für den Dritten, so würde ich das mal sagen. Also wird denn auch in naher Zukunft erstmal nichts daran geändert, sondern das erstmal so beibehalten? Wir werden ja erstmal die produzierte Menge dann auch ein Stück weit abverkaufen müssen und dann schauen wir. Aber ich finde es sogar wirklich, ich finde es gar nicht so schlecht. Man gewöhnt sich ja irgendwann an alles. Eine Frage hätte ich noch und zwar ist die Frage, ob auf dem Rücken des Trikots der Dortmund-Schriftzug schon ab Werk, sag ich mal, drauf ist oder ob der quasi mit dem Spielernamen und der Spielernummer erst drauf kommt? Ja, das ist nicht ab Werk, sondern das wird nachträglich dann quasi appliziert. Okay, Dankeschön. Danke euch. Danke.